Die CDU Essen unterstützt eine Demonstration gegen den AfD-Parteitag in Essen unter dem Motto Demokratie, Vielfalt und Toleranz. Auch linksextreme Gruppen sind maßgeblich beteiligt, ohne dass sich die CDU von ihnen distanziert. Am Wochenende findet der AfD-Bundesparteitag in Essen statt, was zu zahlreichen Protesten führt. Ein Bündnis aus linken und linksextremen Organisationen nimmt an einer Demonstration teil, die nun auch von der örtlichen CDU unkritisch unterstützt wird. Unter dem Slogan Zusammen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz, kein Raum für Hass und Hetze, mobilisieren verschiedene Parteien, Organisationen und Verbände gegen den AfD-Parteitag. Dazu gehören der lokale Ableger des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die Arbeiterwohlfahrt, die SPD und die Grünen, einschließlich ihrer teils linksradikalen Jugendorganisationen. Auch eindeutig linksextremistische Verbände und Gruppen sind dabei. Die Deutsche Kommunistische Partei, DKP, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, nimmt ebenfalls teil. Das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus, das Verbindungen zum gewaltbereiten linksextremistischen Milieu hat, ist ebenso vertreten wie der Sozialistische Jugendverband der Föderation Demokratischer Arbeitervereine, der in den Verfassungsschutzberichten des Landes Hessen erwähnt wird. Auch die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, eine antidemokratische, marxistisch-leninistische Organisation, ist Teil der Demonstration gegen die AfD. Dieser Protest, der sich für Demokratie, Vielfalt und Toleranz einsetzt und dabei eine Vielzahl marxistisch-extremistischer Organisationen einbindet, wird nun von der örtlichen CDU unterstützt. Wir unterstützen am kommenden Samstag die Demonstration, erklärt der Ortsverband in den sozialen Medien und ruft zum friedlichen Protest auf. Eine Distanzierung von den extremistischen Gruppen erfolgt nicht. Die Essener CDU möchte Extremismus bekämpfen, ruft aber zum gemeinsamen Protest mit Kommunisten und linksextremen Gruppierungen auf. Anfangs war unklar, ob die AfD ihren Parteitag überhaupt abhalten könnte. Die Partei musste sich rechtlich gegen die Stadt Essen durchsetzen, die den Mietvertrag der Messe Essen mit der AfD kündigen wollte. Die AfD klagte und gewann den Rechtsstreit.